Und wenn wir uns nochmal die Sache mit den Computern ansehen, ist es keineswegs ein Softwarefehler oder eine Fehlfunktion. Es sind bewusst und vorsätzlich Programmzeilen implementiert bzw. ganze Programme erstellt worden, welches als Fractional Voting Salami-Technik bekannt ist. Das Ganze hat seinen Ursprung im Finanzwesen. Als das Bankgewerbe die manuelle Buchführung durch computergestützte Systeme ersetzte, um die Kundenkonten im Auge zu behalten, öffnete es unwissentlich die Tür für eine Art der Veruntreuung, die zuvor nur schwer, wenn nicht kaum möglich, in großem Maßstab erfolgreich durchgeführt werden konnte. Die Salami-Technik. Dabei handelte es sich um ein Verfahren, bei dem ein Bankangestellter, in der Regel ein Computerprogrammierer, heimlich eine beträchtliche Geldsumme anhäufen konnte, und zwar nicht, indem er große Summen auf einmal ergriff, sondern indem er dünne Bargeldbeträge von vielen verschiedenen Kundenkonten abschnipste und sie auf ein zentrales Konto, das er kontrollierte, umleitete, wodurch er ein ordentliches finanzielles Polster aufbaute und gleichzeitig das Risiko minimierte, dass jeder einzelne Fall seines Diebstahls entdeckt und untersucht würde. Philly G. O. Pete, bitte. Etwa 98.000 Pennsylvania haben offenbar für Biden gestimmt, aber kein einziger auf den Stimmzetteln für Trump. Sagen Sie uns, sind das echte Stimmen- oder gefälschte Stimmzettel, die verzweifelt mitten in der Nacht hergestellt wurden, um Biden an die Spitze zu bringen? Gateway Pundit schreibt dazu. Wow. Sie wollen euch wirklich glauben machen, dass Biden in Pennsylvania seit dem Tag nach der Wahl über eine Million Stimmen erhielt? In The Matrix erklärt uns, wie das Ganze funktioniert. Dominion. Ist es eine Computerpanne? Nein. Die Steuerung der Ergebnisse nach Prozent erforderte die Verwendung von Nachkommastellen. Und in dem Video wird uns gezeigt, wie Sie die Stimmen mathematisch zerteilen und dann wieder hochrechnen. Du kannst die Stimme eines Wählers zerteilen? Ja, der Computer kann die Stimme in Bruchstücke zerteilen. Salamitechnik. So dass Nachkommastellen entstehen, die dann in Prozenten jedes gewünschte Ergebnis liefern. Und wir sehen hier, was das bei der Wahl bewirken kann. Die Software namens Dominion kommt in 25 Bundesstaaten zum Einsatz und darin in 616 Wahlbezirken. Die Pelosi Stabschef ist Geschäftsführer und Feinsteins Ehemann, ein Hauptaktionär bei Dominion Bullet Counting Systems, Stimmzählsysteme. Sydney Povell war am Vormittag bei Maria zu Gast und sie sprach über die ungeheure Menge an demokratischem Wahlbetrug bei den Wahlen 2020. Doch während dieser Diskussion warf auch Maria Bartiromo eine Bombe ab. Während ihrer Diskussion mit Sydney Povell erzählte Maria Bartiromo Folgendes über die Firma, die die Michigan verwendete Anwendung betreibt, bei der Tausende von Trump-Stimmen auf Joe Biden übertragen wurden. Maria Bartiromo Ich habe auch Berichte gesehen, dass der langjährige Stabschef von Nancy Pelosi eine wichtige Führungskraft dieser Firma ist. Richard Plum, der Ehemann von Senatorin Feinstein, ist ein bedeutender Aktionär dieses Unternehmens. Bartiromo hat recht. Plumberg berichtete im April 2019 Folgendes. Dominion Voting Systems, das mehr als ein Drittel des Wahlmaschinenmarktes beherrscht, ohne Washingtoner Lobbyisten zu haben, hat seine erste, eine hochleistungsfähige Firma eingestellt, zu der auch ein langjähriger Mitarbeiter der Sprecherin Nancy Pelosi gehört. Auch der Ehemann des Demokraten Feinstein hat einen großen Anteil an Dominion. Wir wissen auch, dass Dominion Verbindungen zur Clinton-Stiftung unterhält. Povell erwähnte, dass sie möglicherweise sogar den Demokraten wie Bernie Sanders Stimmen gestohlen haben, um die von ihnen gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die Tatsache, dass die Wahlmaschinen des Dominion allein in Michigan in mindestens zwei Fällen Stimmen an Biden abgegeben haben, ist ein Grund, alle Staaten zu überprüfen, in denen das Dominion eingesetzt wird.